Moin Moin in Hamburg Es ist schon wieder eine Rede, die ich jetzt halten sollte, möchte ich auch natürlich, vor einem Kampf. Ich habe schon über 60 Kämpfe, das habe ich schon ganz oft gemacht. In dieser wunderschönen Stadt Hamburg habe ich meine sportliche Karriere angefangen. Mit meinem Trainer Fritz Thunak, der auch hier sitzt. Grüße dich, Fritz. Diese Stadt hat mir wahnsinnig viel gegeben. Es war ein Sprungbrett für mich in die weitere Welt. Auch die Kämpfe, die ich bestritten habe und die Titel, die ich gesammelt habe, durch viele Jahre. Es ist ein Riesenstück Arbeit gewesen. Es ist nicht nur Arbeit im Ring, nicht nur Arbeit mit dem Trainer, nicht nur Arbeit von Kampf zu Kampf. Es ist Arbeit von ganzem Team. Managers, Anwälte. Es geht um natürlich Sportpolitik. Wie wissen wir. Es ist nicht leicht, einfach nur zu kämpfen. Es ist noch schwieriger, die alle Titel zu sammeln. Dafür habe ich sehr viel Zeit investiert. Ich habe eben mitbekommen, dass Mare Schwarz hat schon seit Juni vorbereitet. Starke Leistung. Ich hoffe, dass man sich nicht übertrainiert hat. Ich weiß, was mich im Ring erwartet am 10. November. Der Mann, der ist ungeschlagen. Der Mann, der will das wissen, wie es in einem Weltmeisterschaftskampf läuft. Der Mann, der sich wahnsinnig gut vorbereitet hat. Ich habe die witzigen Bilder gesehen von Gesichtern von Vittel und Wladimir angetebt auf die Boxeransäcke. Dass man auf die drauf schlagen kann und sich sozusagen anmessen kann. Ich werde am 10. November ins Ring gehen und natürlich diese Titel verteidigen, die wir gemeinsam mit Emelon Stewart gesammelt haben. 10. November. Ihr könnt sich über einen Mariusz aufwachen. Ich bin hundertprozentig vorbereitet für diesen Kampf am 10. Und Sie werden sicherlich einen ganz anderen Mariusz Wach sehen. Einen Mariusz Wach, der um jeden Preis die großen Auszeichnungen, die großen Gürtel hier dem Wladimir Klitschko abnehmen möchte. Ich erwarte einen sehr schwierigen, einen richtigen Kampf. Und ich bin überzeugt, dass Sie länger in Ihrem Gedächtnis sich eingraben wird. Nicht nur ein paar Stunden, sondern ganzen Tage, sogar Monate. Und ich werde meinerseits alles dafür tun, dass sie wirklich so in Gedächtnis bei Ihnen bleibt. Okay. Vielen Dank.